Hallo und herzlich willkommen zu GTA 5 Online, zu einem Video, in dem es darum geht, diesen günstigen Karin Kuruma in der gepanzerten Version zu kaufen. Er kostet jetzt nur noch 157.000 GTA-Dollar, das sind 70% weniger, im Vergleich 525 kostet er sonst. Also für alle Anfänger total empfehlenswert, weil ihr könnt mit diesem Fahrzeug ganz wunderbar sämtliche Kontaktmissionen und Heists abschließen, weil die NPC-Gegner schießen nur mit Pistolen und Maschinengewehren auf euch und da kommt keine Kugel durch. Es sei denn, man trifft eine ganz kleine Stelle hier an der Scheibe, an der Seitenscheibe hier beim Fahrer und Beifahrer, da kann man dann durchschießen, aber ansonsten, hier hinten glaube ich auch noch, ansonsten sitzt man da echt gepanzert drin und kann gut rausschießen. Also das Fahrzeug ist auf jeden Fall zu empfehlen für alle Anfänger, die eine Heists oder eine Kontaktmission ganz gerne nochmal spielen wollen. Sollte auch sowieso gemacht werden, bei Heists gibt es immer die Bonuszahlung, aber wie kriegt das Fahrzeug freigeschaltet? Darum geht es, weil es normalerweise der Fall ist, dass das Fahrzeug nicht einfach so gekauft werden kann. Es muss erstmal entsperrt werden. Dazu müsst ihr einen Überfall machen und zwar den Fließerüberfall. Dieser Überfall dauert bloß 30 Minuten, das sind zwei Vorbereitungsmissionen und ein Überfall dann am Ende. Tja, das insgesamt, ich sage mal, ich brauche da so 30 Minuten für mit einem Kollegen zusammen. Es ist zu zweit zu spielen, das heißt, ihr braucht aber auch einen Mitspieler dafür, ansonsten klappt das nicht. In einer Vorbereitungsmission müsst ihr so ein Kuruma euch erklauen, sage ich mal so und ich glaube, ab der ist es auch schon freigeschaltet. Ich bin mir da nicht sicher, ob ihr jetzt die ganzen Fließerüberfall machen müsst oder nur die Vorbereitung. Auf jeden Fall, die Bonuszahlung am Ende, die ihr bekommen werdet, wenn ihr die noch nicht gemacht habt, ist auch nochmal immens hoch. Ich glaube, 100.000 GTA-Dollar gibt es immer extra, das heißt, der Kuruma ist schon fast bezahlt. Okay, also das solltet ihr auf jeden Fall machen und die Möglichkeit jetzt, wie man diese heißt, starten kann, ist ganz einfach. Ihr braucht jemanden, der so ein Apartment hat oder ihr kauft euch selbst ein Apartment. Wo findet ihr diese dann? Also, ihr geht dann wieder hier auf Finanzen und Dienste. Wählt dann dieses hier aus, nicht zu verwechseln mit dem Executive. Hier geht es um die reinen Immobilien, um die Häuser in Los Santos und wählt dann Luxussegment. Scrollt dann runter und es gibt schon für 200.000 GTA-Dollar ein Luxusapartment. Und nur in den Luxusapartments sind dann diese Planungsräume. In einem Billingsegment, wie ihr sehen könnt, oder in einem mittleren sind, da wird man nicht diese Planungsräume haben. Ihr braucht ein Luxusapartment. Aber nicht aus Versehen eine Garage kaufen. Alles, was unter 200.000 GTA-Dollar da kommt, sind dann Garagen mit 10 Stellplätzen. Das ist natürlich nicht ausreichend. Ihr müsst auf jeden Fall Apartment haben. Hier steht Apartment 7, das heißt, hier ist ein Apartment da drin, plus 10 Stellplätze. Das Ding müsst ihr kaufen und schon habt ihr eine Immobilie mit einem Planungsraum für die Heist. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter, dass ihr das Ding kaufen werdet. Und es gibt außerdem sowieso jetzt die zweifache Belohnung bei den Geralt-Missionen. Also auch ganz lohnenswert. Und es gibt neue Geralt-Missionen, sechs neue. Ich bin gespannt, wie die sind und werde mich da gleich mal drauf stürzen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.